Bunga, 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 Bunga Ich habe nichts gemacht, Ruhe jetzt da drüben War das vielleicht los oder? Scheiße, Blatt, ich bin runtergefallen Jungs, was ist bitte los mit euch? Carlo, ich bin runtergefallen Hilfe, Hilfe, ich bin runtergefallen Ich stecke in der Ritze fest, Hilfe, Blatt Ich bin verletzt Ich komme Komm mal rein Kein Verkäufer Hallo, Blatt, willkommen bei 50 Shades of Ray Was möchten Sie bestellen? Sagen Sie, was Sie bestellen möchten Ich kann alles besorgen Leider ausverkauft, Entschuldigung Es tut mir leid Möchten Sie was anderes bestellen? Okay, Moment, muss ich in die Lage schauen Schaut gut aus Moment, das war scheiße, das war kein Currymus, das war Ratte Ist weggelaufen Tut mir leid Ich habe nichts, Ratte Können wir zumachen Ja, wir hören Ja, wir hören Ja, wir hören Verfolgt Sie Verfolgt Sie Wenn so einer hier im Bus funkt, ne, der kriegt kleine Watschen von mir hier Ups, Entschuldigung, Blatt Was ist das? Guck mal, soll ich sie so tragen? Oh, das, das kribbelt an meinem Schwingenden Ding Wann tut das an Ihrem Schwingenden? Das kribbelt, das ist nicht gut, Blatt, lass mich runter Ich hab mir wohl noch keine Hose an Du hast doch keine Hose gekauft Ich hatte kein Geld, ich muss nicht zur Bank, jetzt hab ich Geld, aber keine Hose Oah Leute, was ist denn los mit euch? Ich hab da jetzt schon am Markt ein Red Bull oder so gekauft Alle reden durcheinander Hier, das ist ja wieder normal Das ist ein Kram, du Jetzt sollen wir mal ganz schön werden Oah Boleid Eieieieiei Hey Geld! Verliegt Geld! Uwe war bei uns so weit nur Hose dann auf einmal. Das waren wir nicht schon. Gott, was ist denn los mit dir? Was ist denn hier passiert? Eieiei! Ich glaube wir sollten das mal mit der Versicherung klären. Der lag schon vorher da. Der lag schon vorher da. Ich wollte eigentlich... Warum begrabscht ihr alle meine Baume? Ist das eine Kaffeefahrt oder was ist das hier? Wer zeigt mir hier seinen Ausweis? Ihr seid Äpfelpflücken, den ich den Ausweis zeige. Ja bitte, auch. Mein Ausweis zum Beispiel. Wo zur Hölle sind sie? Ich seh keinen, wo seid ihr? Ich seh auch keinen, wo sind die? Hallo! Hallo, ich hör euch! Wieso versteckt ihr euch alle vor mir? Ich sitze vor Leiter! Wir sind im Lagerraum, glaube ich. Ich sitze auch vor Leiter! Warum bringe ich es nur wie du? Ich bleibe ruhig, ich steuke vorhin. Let's go! Boah, ist ja noch längsamer. Jetzt! Diese Spannung! Wir sinken! Wir sinken! Was? So, meine sehr verehrten paar Gäste. Ich bitte sie auszusteigen. Ja, aber ich... Ich komm! Erreiche nicht das Land! Ich jetzt aussteige. Ich sterbe. Das war eine hervorragende Idee! Oh Scheiße! Unter Wasser hört man gar nichts! Man versteht nicht! Das ist scheiße blöd! Alle hören sich so blub, blub, blub! Hallo, ich bin blub, blub, blub! passer, es war eine gute Frage. Ich hab mich noch mal geholfen,